Heute am Weltfrauentag mache ich wieder einen kleinen Spaziergang durch unser Langenfelder Zentrum. Bei der Gelegenheit stelle ich euch natürlich auch wieder einige kleine Rätselfragen. Viel Spaß an diesem 7. März 2020. Übrigens vom Winter immer noch keine Spur. Jetzt warten wir natürlich auf den Frühling. Ja und wieder mein kleines Rätsel. Mein Rätsel zum Wochenende. Heute 7. März 2020. Wo befinde ich mich hier? Ja und wieder. Hinter mir das Geräusch stammt von einem Brummi auf zwei Rädern. Und Lage erkannt. Einfach nur schön bepflanzt. Dieser Kreisverkehr mitten in der Stadt. Ja, mein Rätsel zum Wochenende. Wo befinde ich mich hier? Auch in diesem Bereich könnte ich mir mehr Grün vorstellen. Mehr Grün vorstellen. Auch aus diesem Platz könnte man mehr machen, als aktuell geplant ist. auch hier könnte ich mir sehr gut eine Baumreihe vorstellen. Die an den heißen Tagen im Sommer für Abkühlung sorgen würden. Ja. 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 Hier in diesem Bereich hätte ich mir auch sehr gut heimische Gewächse vorstellen können. Schließlich leben wir hier in der Bundesrepublik. Und hier ist der Konrad-Amenlohr-Platz. Ihr wisst schon was hier geschieht. Auch hier soll es demnächst ganz toll aussehen und summen. Der Posthornbrunnen ist weg. Ganz ohne Fleck. Ich bin gespannt wo man ihn vorübergehend untergebracht hat. Mein Vorschlag war ja ein Standort am Berliner Platz gegenüber der ehemaligen Posthalter-Station. Ich bin gespannt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020